Die strenge Unterteilung in Nutzgarten und Ziergarten habe ich eigentlich noch nie so richtig verstanden. Ich gebe zu, dass mein Empfinden da bestimmt kein Maßstab ist, denn ich pflanze schon immer Blumen und Gemüse zusammen. Ich finde Kartoffelblüten schön und die von Porree und von Schnittlauch und auch den Morgentau auf meinen Kohlpflanzen. Aber warum soll man nicht heimische Sauer- oder Süßkirschenpflanzen anstelle von japanischen Zierkirschen, an die vielleicht noch nicht mal die Bienen gehen? Mit richtigen Kirschen hast du noch dazu im Sommer eine tolle Ernte. Warum nicht mal Brombeeren sowie einen Rosenbogen setzen? Die blühen total schön und man hat ganz viele Früchte. Warum nicht mal Erdbeeren anstelle von Balkonblumen? Es gibt ja Sorten, die tragen bis weit in den Herbst hinein. Warum nicht mal Zucchini als Kübelpflanze? Ich finde, die sehen toll aus mit ihren riesengroßen Blüten. Oder einfach mal Prunkbohnen ranken lassen, die ja nicht nur tolle Blüten haben, sondern mit denen du auch die ganze Familie satt bekommst. Ich finde, dass beides möglich ist, schön und nützlich. Und deswegen gibt es in der nächsten Zeit immer wieder kleine Videos zu allen möglichen Gartenpflanzen, egal ob Bodendecker, kleine oder große Sträucher, Bäume und so weiter. Und das alles läuft unter dem Motto der essbare Ziergarten. Viel Spaß damit! Vielen Dank!